So, moin alle miteinander, heute melde ich mich mal live aus meinem Arbeitszimmer oder Arbeitskabuff. Der Grund ist ein ganz einfacher, ich wurde in den letzten Tagen öfter darauf angesprochen, ob ich nicht Bock hätte bei dieser Coldwater Leckmich Challenge mitzumachen, ihr kennt das von YouTube, Facebook und Schlag mich tot. Meine Antwort ist ganz eindeutig nein, aus einem ganz einfachen Grund. So, wenn ihr spenden wollt, könnt ihr das machen, spendet an Diätshilfe, an die Krebshilfe, an Kinder in Not aus Bangladesch, ist mir scheißegal, aber geht damit Ärzte nicht hausieren und zweitens verlangt nichts dafür. Was ihr macht, ist vom Prinzip genau das gleiche, wie wenn man zwei Hungernde um Butterbrot kämpfen lässt. Ihr wollt eine Show und denkt, dann gebt ihr denen ein bisschen was und alle sind lustig und ha 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 ha. Aber das ist nicht so, das ist nicht Großmut, das ist auch keine Großzügigkeit, das ist einfach nur pervers. Wenn ihr spenden wollt, macht das, lasst mich damit in Ruhe, lasst anderer damit in Ruhe und gut ist. Und ich frage mich ganz ehrlich, bei jedem, der da mitmacht, wann genau zwischen den Ben und Jerry-Eis fressen und Bionade saufen euch ins Hirn geschissen wurde, dass ihr das nicht hinterfragt. Also müsst ihr jeden Hipster-Dreck mitmachen, nur weil ein paar Prominente das auch gemacht haben und wenn ihr das schon machen müsst, könnt ihr euch dann nicht an Prominente orientieren, wie Robert Enke oder von mir aus auch Robin Williams, dann hätten wir heute wenigstens ein paar Joden weniger hier rumbringen. Das war's, von mir aus. Eine Sache noch, kauft meine Produkte, ab Herbst natürlich, neue CD, neues Buch. Bis dahin, macht's gut.